Was geht ab, meine Wunschkinder? Jericho 5 am Start. Es ist ein neuer Trailer veröffentlicht worden, den wir uns wieder gemeinsam angucken. Also, los geht's! Die Schreiber sind nicht nahe, 6. Ich kann nicht sagen, ob es Terrorismus oder was anderes. Ich habe keine Operational Juristischen. Geh, geh, geh! Geh sie ein bisschen. Wir sind nicht die Schreiber hier. Das ist Terrorismus, sie noch brauchen uns. Send Thermite, Doc. Und ich brauche einen Russischen. Ich will später erklären. Und 6, sende sie schnell, bevor es alles runterkommt. Der Trailer startet in einem Waffengefecht. Interessant finde ich hier die Taglights. Muss nicht zwanghaft bedeuten, dass diese ins Spiel integriert werden. Es wäre jedoch irgendwie ganz cool. Dann hätten wir vielleicht mal wieder neue Aufsätze. An dieser Stelle sehen wir die Silhouette eines Infizierten, wie er auf ein Mitglied des SWAT-Team zurennt. Recht menschenähnlich. Zwei Arme und zwei Beine. Aber wir wissen ja, dass es mehrere Arten von Infizierten geben wird. Von daher handelt es sich wohl hier nur um eine Art. Dieses Grunzen, Ächzen und das ständige Verschwinden der Spezialeinheiten. Ja, da kriege ich dezent Bock auf mehr und ist auch sehr geil inszeniert. Dann sehen wir Ash, wie sie telefoniert und sagt, Bartlett kommt nicht mal nah ran, 6. Damit ist wohl Artikel 5 gemeint. Der Angriff auf die Bartlett-Universität, der White Mask. Da dieser Terrorangriff sehr schlimm war, soll nochmal verdeutlicht werden, wie schlimm die jetzige Situation in Operation Outbreak ist. Ich habe keine operative Vollmacht, sagt sie. Sie sollen etwas nachgeben, wir sind hier nicht der Feind. Wenn dies kein Terrorismus ist, werden sie uns dennoch brauchen. Schick Thermite, Doc und wir brauchen eine der Russen. Das erkläre ich später. Das macht mich schon etwas geil. Was soll das bedeuten? Ich erkläre das später. Denkt sie da, die Kapsel aus der Sowjetunion stammt? Sie dadurch mehr Informationen bekommt? Oder bezieht sie sich allein auf den Einsatz momentan? Und 6? Schick sie schnell her, bevor ihr alles niederbrennt. Aber das Wichtigste an dieser Stelle ist... Mjam, Mjam, Mjam. Mjam, Ech ist lecker, Ech. Mjam. Sehr, sehr interessanter Trailer. Die offenen Fragen sind die Taglight, warum ausgerechnet die Russen? Wir wissen teils, wie die Apex aussehen, und wir wissen, wie heiß Ech sein kann, wenn sie ein paar Ansagen macht. Ist euch etwas Besonderes aufgefallen, dann schreibt es in die Kommentare. Twitter und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer JerichoFive